Guten Tag, mein Name ist Kevin Zwerg aus Berlin und ich habe die Prüfung zum Versicherungsvermittler nach § 34d der Gewerbeordnung erfolgreich bestanden und möchte vorab meinen Dank an das Team von Dr. Krängel und der Viprax GmbH ausrichten. Dieses System hat es mir am Ende des Tages ermöglicht, neben meinem Jurastudium auch noch die Prüfung zum 34d zu bestehen, weil, kurz zusammengefasst, das System ermöglicht es einem nebenbei, dank der App, die Zeit effizient zu nutzen, ob man gerade in der Bahn ist, ob man zu Hause ist oder ob man noch kurz vorm Schlafen gehen ein paar Fragen beantworten möchte. Ja, das hat mir sehr geholfen und war super in meinen Alltag integrierbar. Ja, was bleibt noch zu sagen, immer wenn ich Herrn Krängel anrufe oder eine Frage hatte, war er persönlich am Telefon, das fand ich bemerkenswert und hat mir auch schnell weitergeholfen. Auch dafür nochmal einen persönlichen Dank und ganz liebe Grüße aus Berlin.